Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit der Shio. Viel Spaß beim Zuschauen. König ist eigentlich mal ganz genau das Richtige hier, weil auch erschliesslich hier ein bisschen XP drauf, damit ich mir die zusätzlichen Tools leisten kann, die zusätzlichen Module hier. Sieh, jetzt habe ich ja noch nicht allzu viel eingebaut. 1500. Da muss auch noch ordentlich was passieren. Ja, dann lass uns mal loslegen. Auf ins Gefecht. Guckoo. Gucken, was wir heute reißen können. Im Zweifelsfall gibt es hier U-Boot Live. Erst Feuer, dann Blubb. Aber, ganz ehrlich, ich glaube wir schicken lieber erstmal die anderen tauchen, oder? Oh, da drin ist auch wieder dabei sehe ich gerade. Oioi 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 oioi. Hallo Halkuh. Willkommen. So. So, zwei Brüder auch, nö, ja das macht ja richtig Spaß, na gut, na gut, na gut, nicht so ganz so mein Szenario, aber gut, wenn es denn sein muss, muss er nicht mehr mit der Durchfahrt, ne, der Mann auf Geflecht, äh, Gefechtsstation, so, mal gucken wo die hinfahren. Na dann, viel Glück und ruhige See, sagt er, danke. Ist auch nicht schlecht, ne, der drückt auf den Knopf, der steht für Glück und ruhige See und als Ton kommt, machen wir ihnen das Leben schwer. Entweder hat der Vorleser gesponnen, ein Ohrenspinnen. Und wir haben eine sehr interessante Auslegung von viel Glück und ruhige See. Ach, da sind schon wieder die ersten Flugzeuge. Naja, um es zu entdeckt werden, brauche ich mir keine Sorgen machen bei der Stadt, die ich hier durch die Gegend fahne. So. So. So, da dachte ich mein Ton. Ist ja eigentlich einigermaßen. Oh ja. Ich muss ja wenigstens die Torpedowarnung mitkriegen, ne. Oh. So. Wenn da gerade was fest. Ich stelle da gerade was fest. Zack. So. Ich hab mal wieder vor der Map gesessen. Das geht natürlich gar nicht. Da war noch auf Minecraft Modus hier mein Rechner. Eine Einstellung. Ja, das ist ja eine Reichweite. Au. Ich will auch. 1, 2, 3. Da kommen auch noch welche angeschippert. Na gut. Na gut. So wahnsinnig von mir. Na ja. Gleich Schatz. So. Gegnerische Zerstörer kommt gleich. Ja, erstmal kurz den Kreuz ein bisschen. äh. Ein bisschen warm machen. So. Uff. Ich schieße schon wieder den falschen ähm. Gefechtstypchen. Oh. Na 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 na. Kommt der wirklich von, oder? Kommt der wirklich von, oder? Äh. Ist nicht, Freund. Ist nicht. Ne, 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 ne. So nicht mit mir. Ich bin auch hier näher am Skistand. So. Junia LP. Ja. Willkommen. So. Ich bin ganz vollsinnig. Hey. So. Ich bin ganz zwischendurch. Ey. Ah das ist ein bäßchen. Ja. Lass mal kurz mein Schiff ein bisschen langsamer werden. Ach so. Oh, der hat sich schon erledigt. Na dann. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was kommt denn da noch Schickes? Das ist zu weit weg. Na gut. Ich jetzt? Mal antworten. Na schon frisch, ne? Ich hätte bestimmt gefragt, ob ich wach bin. Bin ich noch. Ah, ich glaube ein Turm ist bei mir noch offline. Mal, ob wir da über die Insel drüber wegkommen. Ich habe hier aber sowas von. Ich habe hier aber sowas von. Wo sind denn unsere eigentlich alle? Schickern denn die alle rum? Ich sehe hier nur ein, zwei. Ich sehe nur rot. Oh. Oh. Irgendwie sehe ich hier nur rot momentan. Und rot muss tot. Dafür muss man auch treffen, du Nase. So. Kommt gleich. Kommt gleich. Mal wieder ein bisschen beschleunigen. So. Der macht es natürlich ganz intelligent. Der fährt direkt in die, äh, nur da näher. Kommt mal. Na gut. Die Räber in den Ofen mal rum. Ach. Ach. Echt jetzt? Ich glaube, ich sollte mal mein Schiff ein bisschen reparieren. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Jo. Jo. Der will wenden. Der will bestimmt wenden, oder? Gucken wir mal, was der will. Sinken will. Achso. Ah, da hinten. Zerstörer da rum? Das ist nur ein Kratzer. Zu schön. Du mäßig Kommandini hier. Die sind zu weit weg. Muss echt näher ran. Das heißt, mehr in die, äh, ja, oder näher, näher in die, äh, in die Gefechtszone hier rein. Guck mal. Ist ja süß. Macht'n der da? Wenn wir bestimmt um die Insel rumfahren. Naja, es war, es war sein Wunsch. Es war einmal ein Zerstörer. Guck mal. Guck mal. Wunsch. Wunsch. Guck mal. Aja. ja allein hier oder was kommt noch an ich nehme was von mäßiger schaden ich würde jetzt eher sein massiver schaden schießt gar nicht mal schlecht was was passiert was wrong hier bestimmt die punkte voll gekriegt oder gegner hat den auftreib geschlossen ja sag ich doch na gut da gewinnt man mal verlieren die anderen okay einmal zurück zum hafen jetzt nicht als so viele ip gebracht dann machst du nichts danke fürs zuschauen ich hoffe der stream hat euch gefallen wenn ja lasst mir doch ein follow da und like für die youtube-videos und abo für den kanal bis dann macht's gut bye bye